Grundsätzlich ist es so, dass die Sportvereinslounge ein erweitertes Angebot zum bestehenden Vereinsleben und Vereinsangebot darstellen soll. Das heißt, in den Räumlichkeiten der Vereine entsteht eine Möglichkeit zu trainieren, mit Geräten ein Zusatzangebot zu erschaffen. Die Idee bei der Sportvereinslounge, so wie wir sie entwickelt haben, ist, dass sie immer mindestens zwei Elemente bei sich vor Ort installieren. Also beispielsweise ein Milan-Zirkel und eine Functional Area, ein Five-Zirkel und ein Cardio-Fitnessgerät oder auch die Kombination von mehreren.